Hallo und Willkommen zu meinem neuen Video. Im Prinzip das gleiche Video wie gestern. Ich bin tatsächlich länger im Stau gestanden als gestern, also sprich das ganze Verkehrs-Chaos-Thema ist jetzt immer nicht vorbei. Ich denke, dass da unsere Regierung das vielleicht irgendwo sieht, dass da richtig Missgunst herrscht. Also faktisch auf jeden Fall, was ich glaube, dass unsere Ampelregierung massiv Wähler verlieren wird, weil die da nicht drauf eingegangen hat. Und ich habe es ja gestern schon gesagt, das ganze, wenn die Bauer streichen, der Bauer braucht mal nicht B sein. Das ist selbstverständlich eigentlich, dass die streichen. Und es sollte eigentlich so sein, dass noch viel mehr streichen. Aber wenn die Regierung dort einlenkt, also ich schätze jetzt einfach mal, dass jetzt täglich, so lange wie das Ganze noch geht, viele, 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 viele noch Wähler verlieren werden. Und ja, die Gewinner davon, meiner Meinung nach, ist dann die AfD. Also wenn, ja, das Thema AfD, das ist halt auch so ein Thema. Man hat immer so gehört, ja, das ist die rechte Partei, die muss mit wählen und hin und her. Aber jetzt so auf YouTube haben jetzt öfters mal gehört, was die so von sich geben wird und wie wird die da als Rechtsbezeichnung? Ich weiß es nicht. Also sie haben jetzt noch keine Aussage irgendwie mitgekriegt, wo ich dann sagen könnte, okay, das ist Rechts, das darf man überhaupt gar nicht wählen. Und von dem her gesehen, ich vermute mal, dass die AfD durch die ganze Demo jetzt massiv Wähler dazu gewinnt, weil A betrifft es uns jeden, was aktuell abgeht. Wenn die Steuer bei unserer Landwirte hochgeht, dann zählen wir das in ein paar Wochen in den Supermärkten. Die Lebensmittel waren teurer. Oder die Qualität wird schlechter, weil, ja, Qualität wird schlechter, weil man es aus dem Ausland holt und es wird teurer, weil jetzt hat man ja viel noch im Inland gekauft, weil es vom Preis her wahrscheinlich noch günstiger war wie vom Ausland. Das Ganze zieht auf jeden Fall ein Ratteschwanz hinter sich. Dann die Arbeitgeber haben das Problem, weil viele jetzt halt aktuell zu spät zum Arbeiten kommen. Ja, also ein schwieriges Thema. Auf jeden Fall werde ich definitiv nichts von der Ampel beim nächsten Mal wählen. Ob ich die AfD wähle, weiß ich nicht, da müsste man jetzt tatsächlich erstmal schlauer machen. Wenn man hier auf YouTube jetzt mehrere Videos anguckt und das ist eigentlich auch das nächste. Hier auf YouTube erfährt man relativ viel, was man so im Fernseher eigentlich gar nicht wirklich mitkriegt. Das heißt, im Fernseher kriegt man eigentlich bloß mit, ja, AfD ist rechts und hin und her, aber so die, die ganze Aussage, was die treffen, das findet man eigentlich mehr oder weniger eigentlich nur auf YouTube. Ja, also, was die mir schon überlegt haben, aber ich weiß nicht, ob ich es machen soll, dass ich halt tatsächlich mit der Kamera mal rausgegangen und mal, ja, die Demo einfach ein bisschen filmen, dass man halt hier bei uns jetzt zum Beispiel hier in Ehinger vielleicht mal guckt oder das halt irgendwo festhält, was hier bei uns in Ehinger abgeht. Ich arbeite da in Laubheim. Laubheim, B3sichtzufahrer sind komplett zu und ich fahre normalerweise über B3sicht zur Arbeitsstelle. Also fahre ich schon Umweg und durch den Umweg selbst bin ich heute im Stau gestanden und wollte eigentlich das Ganze umfahren. Ich habe es abgeschafft und habe jetzt eine Stunde gebraucht, bis ich jetzt der Holm war. Das ist natürlich jetzt halt auch meine Freizeit, was verloren geht, aber Gott sei Dank komme ich jetzt spät zum Arbeiten dadurch. Ja, also mein Appell heute wieder, wir dürften eine Landwirte nicht böse sein, weil das sind eigentlich die Letzte, wo man da was dafür kann. Aber wenn da die Regierung nicht irgendwann demnächst mal einlenkt, dann wird es diese Regierung so in der Form halt nicht mehr geben. Das ist meine Meinung. Ich glaube, dass irgendjemand sagt, das machen die gut, die wählen wir nochmal. Das war es dann auch schon mit meinem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Wenn ihr möchtet, dass ich irgendwas dokumentiere, hier bei uns in der Ortschaft oder in der Umgebung, schreibt mir das mal in die Kommentare, weil ihr habt keine Ahnung, ob das überhaupt jemand sehr will. Wenn ihr auf jeden Fall nichts verpassen möchtet, müsst ihr ein Abo da lassen. In dem Sinne würde ich sagen, ihr seid uns zum nächsten Video. Tschüss. Zitzen 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 Zitzen